Drücken! Guter Schuss! Hörst du, Vater? Halle, der Zusammenkopf. Oh! Sephiroth ist bereits hier! Verdammt! Los, schnell! Ähm... Ich weiß, das ist eine Schwarzkutter, aber sie hätten ruhig den Namen... Ähm... Hörst du noch hier drinnen lassen, stehen lassen können? Hilfe! Oh, schick! Schicki, 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 schicki! Magst du konfuse Sachen? Ähm... Warum? Was? Ich habe mich zu retten... Ach, ich bin schon wieder... Ich bin schon wieder... Scheiße! Keine Ahnung! Oh! 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 Oh... Oh! Aber meine Ahnung... ein blastes intentions. Los! Knowing... coup! Auf die- Dei bin ha govern... Hon, ich bin ja hier! ...gani5 Oh, heiliger Bimba. Darf ich hier einziehen? Äh. Ähm. Die muss ja unglaublich viel wert sein. Die schwarze Materia ist ein Geheimnis. Shinra weiß davon nämlich nichts. Cat hat's sicher längst verraten. Jedenfalls brauchen wir sie. Also lasst sie uns finden. Hey, hey! Was geht da ab? Mit herkömmlicher Logik geht's hier wohl nicht weiter. Oh, Himmel, Herrgott und sakre blöde. Ähm. Alter. Nee, ich will doch nicht hier weit ziehen. Wohl eher ein verfluchtes Land als ein verheißenes. Denk über sowas nicht nach. Das sagst du so leicht. Sir, die Zetra und Avalanche sind im Tempel. Sollen wir den, äh, Falle stellen? Nein. Erst die Mission. Wir teilen uns auf. Und überprüfen, ob das hier wirklich das verheißene Land ist. Reno geht mit Ruth. Hm. Elena kommt mit mir. Sir. Selbst wenn man es euch vor die Nase hält. Reno. Hm? Die Mission geht vor. Klar? Ja, ja. Selbst wenn man es euch vor die Nase hält, würdet ihr es nicht erkennen. Hm. Ähm. Pfff. Ähm. Okay. Ein labyrinthartiger Tempel, gespickt mit Shinra-Gesocks und Schwarzkotten. Wird sicher ein schöner Spießhotenlauf. Um Saffi-Ross nicht zu vergessen. Ja. Der auch. Na super, das volle Programm. Das wird schon irgendwie. Lass die Köpfe nicht hängen, okay? Dieser Ort kann unsere Gefühle spüren und sie gegen uns wenden. Ist gut. So, ich versuche jetzt mal hier nicht logisch mitzugehen. Hübsch. So, einmal den Giftfrosch. So, Giftfrosch. Eine Krötenheit, die von den Zetra im Rahmen einer Forschungsarbeit zum Thema Toxizität gezählt worden war. Nach dem Abschluss fand dieser giftige Geselle seine Nische innerhalb des Tempels des Alpenvolkes, wo er nun umherspringt. Könnt ihr euch mal entscheiden? Könnt ihr euch mal entscheiden? Zetra oder altes Volk? Das ist irgendwie ein bisschen verwirrt. Oh, da kam ein Frosch entgegen. So, ach nein, ich kriege den Giftfrosch. So, ach nein, ich kriege den Giftfrosch. Also, wir sind von da gekommen. Ich darf hier bloß nicht den Überblick verlieren. So, ach nein, ich kriege den Giftfrosch. Ich ahne Schlimmes. Zahnrad des roten... Äh... Wie denn Schwerkraft ausrichtet? Oh Gott. So, ach nein. So, ach nein. So, ach nein. So, ach nein. Okay, ich hab's falsch gemacht. Ähm... Wahrscheinlich... Nee, hä? Oben... ist unten. Oh! 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 Oh, hey! Hey, hey, hey! Ist das wir! Stehen wir etwa... verkehrt herum? Irgendwie ist das sehr verwirrend. Tja, ganz wie man es nimmt. So. Okay. Wer haben das jetzt so... Oh mein Gott, das will... Was hier wohl passiert ist? Blut. Hier wurde sehr viel Blut vergossen. Vor langer Zeit. In einer Art Krieg. Richtig, du behältst für mich einen Überblick mit, falls ich es vergessen sollte, ja? So, einmal der Urdrache. Okay. Ein geflügeltes Reptil, das im Tempel des alten Volkes liegt. Seine Art wurde von den Zetra gezüchtet und spielte eine zentrale Rolle bei der Verteidigung des Tempels. Wirksam ist... Zeig euch, was ich kann! Oh Gott! Wo har du es? Ich verlin dir mal, wenn ich nicht finest demais bin. Oh Gott, du musst mich bleiben! Oh Gott! Ich hab dich Ecof ins, Oh Gott! Huh? Ich hab dich damit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab dich! Oh Gott! Da geht's hoffentlich lang, das hoffe ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, da ist eine Kiste. Hilfe. Ein Wellenbrecher. Oh, den gab's glaube ich auch im Wellenbrecher. Nein, gab's ja nicht den Kaiserscore, der Wellenbrecher? Irgendwie kommt der Name bekannt vor Wellenbrecher, kann aber auch von 16 sein, ich weiß es nicht. Irgendwo kommt der Name bekannt vor. So, jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt muss man das wahrscheinlich wieder drehen. Ich konnte grad durch die Mauer das Ding greifen. Okay, das ist unter was, Fink. So. Dann muss... Na? Warum lässt du dich nicht drehen? Äh. War falsch, ne? Ich hab das noch nicht so ganz raus. Das ist irgendwie... Das ist irgendwie weird. Wo sind... Wo ist unser... Ich war richtig gerade, oder? Ich glaub, ich war grad richtig. Ich freu mich nicht. Bin ich jetzt richtig oder nicht? Ah, okay, er soll jetzt doch anders sein. Okay. Okay. Oh, Hilfe. Also, das einmal nach unten drehen. So. Jetzt sind wir am Boden. Jim, das hatte mich grad etwas irritiert, das sah ein bisschen so komisch aus. Okay. Ja, aber ich denk zu viel nach. Das ist... Irgendwie ist die Musik hier gruselig. Super, Eta. Gut, den nehm ich doch gerne. Das war's. Dann übernimm. Jetzt komm ich. Oh, der Drachen. Ich war's. Ah ne Quatsch, ich hab die falsche Tasse gedrückt, ne? L1. Ah. 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 Was war das denn gerade? Hilfe. Ähm. Ah. 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 Ich habe keine Ahnung. Ich glaube... Scheint irgendwie richtig zu sein. Das ist doch richtig. Und wir klettern, klettern, klettern. Okay, solange ich hier noch Schwarzkutten sehe, finde ich, dass wir richtig sind. Ich habe den Sinn, ich habe den Sinn. Oh, gebetet haben wir. Scheiße, jetzt habe ich einen Faden verloren. Warte mal, warte mal, wir sind von, äh, darunter gesprungen. Also geht's da schon mal nicht lang oder doch? Hilfe! Wir müssen wieder doch lang, keine Ahnung. Ach, hier fließt Wasser, ich dachte, was ist das für ein Geräusch? So, Moment, wir sind hier runter. Ah, ja, ja, ja. Boah, da könntet man, helft doch mal dem Arm. Alter, das ist bestimmt schwer wie Sau. Nee, 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 nee. Wie weiß jetzt, wie war ich das für? Okay. Moment. Ist doch nur Wasser. Stell dich mal nicht so an. Darf ich mal sagen, dass der Himmel total geil aussieht? Oh Gott. Oh ja, ich wollte doch gar nicht springen. Aha. Nicht die Brixe noch durch? Ja, ne? Ich hoffe es. Ist noch alles überschritten. Okay. Und hier nochmal. Aber ich muss sagen, der Tempel gefällt mir. Nein, es ist Barret'n Frosch. Nein, es ist Barret'n Frosch. Zieh dich zurück. Der Feind ist geschwächt. Verschwende. Verschwende. Run! Humpel! Verzieh dich! Jetzt kann ich dir das ab! Ein Werkerspezial! Die Arbeit! So, das Pastre kommt noch. Äh, von wo bin ich von oben? Moment. Oh, Mensch. Müssen wir irgendwie runter? Kann das sein? Ach nee, da geht's weiter. Den oder den? Oder müssen wir beide nehmen sogar? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung, ich hab keinen Plan. Ah, sieht ganz gut aus. Warten wir hier. Bleibt auf Fallenkontakt! Was? Du bist da. Hier steht alle so schön zusammen. Hier stehen alle so schön zusammen. Was ist das? Toll! Oh, shit! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der ist hübsch. Der ist hübsch. Mit, meine Bohne. Oh, roter Drache, ist ja egal. So, roter Drache, ein riesiges fleischfressendes Wesen, das im Tempel der Alps dem Volk lebt. Es ist durch einen Fakten mit dem Volk der Zetra verbunden, der es zum Beschützer des Labyrinths macht. Sein Körper ist in der Lage, selbst extrem zu Temperaturen auszuhalten, sodass es äußerst heiße Flammen spucken kann. Okay, halt. Möchte hier jemand? Ah, halt. Aber wie sie kamen, diese Bohne, die kann doch keiner essen. Ich glaube, das ist auf dem Kopf, da. Au, aua. I will just... Eis, 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 Eis. Äh, Eis. Da. Ja. Richtig, du musst mal ein besseres Hauspudel anschaffen, oder wird... Das ist voll böse! Das Spiel ist aus! Geht das denn mit? Du musst es doch füttern! Schon wieder eine Nummer? Nimm die Beine in die Hand! Weg hier! Geht's euch gut? Aufwiegen! Der Winternach! Wie schmeckt denn? Und der Erf? Vielleicht nicht! Ja, wischt ihr! Ich hab's gerade ins Bädchen gelegt! Anscheinend ja nicht! Aua! Mensch, was ist denn mit dem Vieh? Nicht übertreiben! Jetzt zeig ich euch, was ich kann! Los! Oh, 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 oh! Emmels! Ach, jetzt kann ich in Reichweite! So! Jetzt aber! So! Erbis macht heilender Wind! Vielleicht noch mit Eis! Und ich kann schuld! Ich bin los! 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 Also, Lichdi, das geht so nicht mit deinem blöden Ha- Aua! Mit deinem blödem Haustier! Oh, okay. So, jetzt komm hier, Kleiner. Ich muss noch erziehen hier. Ja, na also, ab ins Bett mit dir, du dummes Tier. Oh, das war knapp. Klaus! Klaus! Wahnsinn! Oh, das war doch gar nicht. Los. Oh, das war doch gar nicht. Oh, das war doch gar nicht. Oh, das war doch gar nicht. Oh, das war ja. Was geht denn hier bitte um? Kein schönes Ende. Der Lebensstrom. Ist wütend. Glaube ich. Zumindest. Hey, Aerith. Kannst du ihm sagen, dass wir Freunde sind? Weiß ich nicht. Ich versuch's. Ich glaube, ich habe sie. Ich versuch's. 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 Na klasse Die schwarze Materie geht vor. Wir müssen sie kriegen. Los jetzt. Aber... Eris schafft das. Bestimmt.